Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield 3. Ah, okay. Wir sollen die RPG aufheben. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufhören, willst du ledigst du dich. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. Drei, zwei, eins. Wo soll ich denn bitte hinschießen? Ah, die Folge beginnt. Gut. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich damit hinschießen muss. Keine Ahnung. Weil der kann ja überall in dem Gebäude sein. Überall. Okay. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. Drei, zwei, eins. Feuer frei. Wo? Hinlegen, hinlegen. Scheiße. Was ist mit dem Gebäude los? Ziel perfekt erwischt. Alles okay? Alles okay. Das ist natürlich nicht schlecht, der Effekt. Wir haben unseren Mann hier uns wieder zusammen gepflegt. Und können den Zwecksabholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medevac. Welche Richtung? Over. Nordseite. Wir versuchen es. Öh, Nordseite ist hier okay. Misfit 1-3 in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Sieht bisher sicher aus. Aus von einer feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Das ist so korrekt. Das ist einfach so eine offene Straße. Da seid ihr. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Auf der Straße, da. Ja, hoch. Ah ja, da. Ja, jetzt nicht mehr. Ich bin getroffen. Was? Der Gegner? Nein, bei dem Gegner stört mich das nicht. Die gehen bestimmt weiter nach da oben, ne? Ah, dann kommen da gleich welche. Dann kommen noch mehr. Behalten Straße und Dächer im Auge. Ja, mehr gibt es da ja auch nicht. Habe ich da schon erwähnt, dass ich kein so guter Scharschütze bin? Die Luft scheint rein zu sein. Miss Wett 1, 3. Scheint. Wir geben euch Deckung. Ihr könnt los. Die Palmen müssten da mal weg, dann. Wedel denen mal die Palme runterlanden. Ist das einfacher? Was denn? Scheiße. Scheiße, nicht getroffen. Der auch noch. Der ist tot. Okay. Okay. Miss Wett 1, 3. Hier Doc Holiday. Vielen Dank. Wir sind durch und kümmert uns jetzt um euren Freund. Out. Okay. Oh mein Gott, was ist da unten? Scheiße. Ich bin hier bitte von diesem scheiß Dach unter. Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Zu haarig? Was ist das jetzt echt? Das, 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 das. Wird zu haarig beschrieben? Oh Mann ey. Das ist doch keine Metapher mehr. Keine annähernde Metapher. Oh, was haben wir denn da? Eine Moschee? Ist das eine Moschee? Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Was hier? Was, was, was? Oh. Scheiß Pfadfinder. Das wird niemals klappen. Ist das eine... Oh ja, wir haben einen Typen mit einem LMG. Na dann, dann, dann klappt das. Ich dachte, ihr sollst hier rüber. Hm. Nein, 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 nein. Los, los. Hinlegen. Wir sollten das Holzbrett danach weglegen, ne? Kommst du. Ah, komm. Ich geb dir Feuerschutz. Ja, okay. Wow. 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 Da brichtst du dir doch jedes Mal die Beine eigentlich. Na, klasse. Ich geb dir der einzige, der, der drüber geht. Ich freu mich. Nicht. Ne, meistens nicht. Ja, okay, das stimmt natürlich auch. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Camper? Das frage ich mich auch oft genug. Ja, es ist schön. Und mit dem bin ich mit dem Team. Oder im Squad. Je nachdem, wie man es nennen will. Scheiße, klasse. Okay, dann ist das hier die Kontaktbörse. Nein, 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 nein. Du, also, ich bin 19. Verdammt, 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 verdammt. Hier sind mir zu viele Teppiche. So oft bist du da nicht zu nahe beten. Meine Güte. Was war das denn jetzt? Ist das die Patrouille? Zwei davon. Scheiße. Scheiße. Raus! Oh Gott. Das sind Menschen. Aber ich schieße mal nicht drauf. Oh, die Mission hier habe ich mal auf Games... Ne. Auf CeBIT gespielt. Mit diesem Wazer Hydra. Das ist, wo du zwei Dinge an den Kasten hast. Verstanden. Miss fehlt Führung. Hier 1-3. Rauche sofort Käste weg. Verstanden? 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Haltet durch. Auf. Das Ganze gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ich habe was gefunden. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr... Sekundärdraht. Verstanden. Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Na, ich freue mich. Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist freiwilliger. Folge dem Draht. Äh, 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 äh. Freiwillig... Ach du Scheiße. Na, klasse. Rein da. Waschmaschine. Waschmaschine. Was machen wir denn? Verstanden, Blackburn. Folge dem Scheißdraht. Ich folge dem aber. Um in Bauchlage zu gehen. Nein. Na, ich freue mich. Was ist denn hier? Da ist zu Ende. Nein, geh nicht an. Geh jetzt nicht. Okay. Das werde ich tun. Ach du Scheiße, das ist eine Bombe. Das machen wir den Schneidern. Wir den machen. Wir den schneiden. Wir den machen. Wir den haben wir. Nein, du nicht. Bahm. Rein da. Was für ein Quicktime-Event kommt jetzt. Autsch, 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 Autsch. Bam. 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 Da 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 da. Das war nett. Ich bei mich ja. Falscher Weg. Ich komme. Oh, das sind Waschmaschinen. Ich schieße. Oh, Leute. Wow. Was ist denn da los? Oh, Scheiße. Was machst du hier? Bist du Party-Crash-Event? Ja, ich weiß. Äh. Ich glaube, das ist... Oh, Scheiße. Äh, äh, äh. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. 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 Was war das denn jetzt? Ein ertrücklicher Verlust. Ich bin echt schlecht, anscheinend. Iran ist das Land mit den meisten Seichsmischen Aktivitäten jetzt echt. Ich bei mich ja. Ja, ja. So, Leute. Nochmal bringt er mich nicht hier um. So, du auch nicht. Ist da noch jemand? Nein. Ich versuche mein Bestes. Willst du mich gerade verhärpeln? Oh, Scheiße, Mann. So. Ich habe das LMG. Ich muss noch nachladen. Oh, Leute. Oh, ja. Scheiße, was ist denn das? Das ist nicht möglich. Ey. Also. Auf dieser Brücke. Ich weiß, dass die Brücke einfach auch ein Scheißort ist, um von dort aus zu verteidigen. Ich meine, ich kriege das hin, weil ich die Story auch schon mal durchgespielt habe. Und die Coop-Kampagne davon auch. Aber egal. Na, du da. Echt jetzt? So. Nochmal nicht. Echt? Weg, 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 weg. Was soll das denn? Scheiße. Ey, das ist doch zu unmöglich. Diese Brücke hätten sie echt nicht machen müssen. Nee, ich warte. Meine Güte. Okay, machen wir das Ganze mit Konzentration. Vielleicht funktioniert das ja... Ah, besser. Klar. So, nehmen, 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 nehmen. Jetzt gib mir die Scheißwaffe. Gib sie mir. Gib sie mir. So, wollt ihr mich verarschen, oder? Echt? Immer muss ich nachladen. Was ist denn das? Okay, da, 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 da. Das ist natürlich auch mal total genau, die Waffe. Die verzieht ja kein bisschen. Na, ich freue mich. Das ist fast ein bisschen wie eine AK. Ey. Und sterblich? Und sterblich? Na, toll. Die wollen. Scheiße. Zum Auto, zum Auto, zum Auto. Na, ich freue mich. Ich habe jetzt bestimmt eine Sterblichkeit, ne? Was ist da oben? Scheiße. Ihr werdet alle sterben. Was ist denn los? Was ist denn los? Erdbeeren, ja das spüre ich auch. Wow. Ei. Ähm, Helikopter. Geht er weg, geht er weg, geht er weg. Scheiße. Kommt ein Hochhaus gefallen. Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeeren bewusstlos? Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden? So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? Sechs Stunden acht. Das ist wichtig. War das ein Zug? Sind wir am Hunter-Port? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog. Deshalb weiß ich nicht. Und es war dunkel. Als Sie sich rauszogen? Waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen. Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Dann unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das? Andererseits habe ich eine bessere Idee. Ich lasse Sie wählen. Wählen? Was sind wir? Oh, kommen Sie. Was ist? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Imsi! Ich sah eine Hinrichtung. Was ihr nicht sagt. Das habe ich gemerkt. Wegen der Äpfel. Ist das ein Äpfel oder ein Tennisball? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wir haben nichts außer einem Messer. Und hier ist alles zerstört. Hier ist alles zerstört nach dem Erdbeben. Das war wahrscheinlich eins mit Stärke 15 oder so gefühlt. Keine Ahnung. Die PLA bietet allen amerikanischen Soldaten Katastrophenhilfe an. Ja, Katastrophenhilfe. Klar. So wie die Rote, äh, wie, so wie die Deutschen in Russland den Russen Hilfe gegeben haben. Oder wie? Das sollte was im Licht bleiben. Verstecken wird als Angriffskanzung eingestuft. Klar. Willst du mich verarschen? Okay, das sind Gegner. Ich glaube, hier muss ich liegen. Ich hoffe, die finden mich nicht. Na, holler die Waldfee. Willst du mich verarschen? Autsch. Oh mein Gott. Weiter geht's. In der nächsten Folge. Okay.